Da oben fliegt was? Bist du das? Mhm. Also, ich hoffe, dass ich das bin. Ja. Sehr gut. Und wieso sehe ich jetzt mein... Hm. Aha. Ah, da oben ist die Body Location. Wo das denn, hast du gesagt? Denk ich hin? Jo, klar. Kein Thema. Ja, zusammenhalten hier. Jo, fein. Fliegt aber seltsam. Ich weiß auch nicht, was mich jetzt hinweggerauft hat. Ob es denn wirklich Starvation? Hm. Aber im Endeffekt jetzt nicht schlecht. Ah. Möglich wäre es, ne? Jetzt kriege ich ja nicht alles raus. Auto. Da könnte ich mir gleich noch ein paar Flaschen bauen. Yay. Und dann komme ich wieder hierher. Da könnte ich mir ja vielleicht noch eine Boje draufsetzen. Hm. Aber das wäre ja wieder zu clever. Ah, ja. Was ist denn jetzt die Basis? Bin ich blind? Also vorne. Ah. Also ich habe es heute nicht so mit Wegfindung hier. So, wo schon mal zwei, yo. Boah, von wegen Findung und sowas, ne? War heute in meinem Briefkasten so ein kleiner Flyer drin, ne? Von wegen so, ähm, was jetzt mit Corona, von wegen wir müssten, ähm, wie ist das? Ja, ist Gott schuld, stand da vorne dran. Ich so, hä, was? Also mich interessiert da sowas gar nicht, ne? Und ich bin ja so, so gar nicht, wie du bist, ne? Ich bin ja bekennender Heide. Und... Die Christ. Ja. Ich bin ja so, okay, jetzt, weil ich das nicht so mag und ich mich gerne damit nicht beschäftige, lese ich das mal, was da so drinnen steht, ne? Aber das war so krass, von wegen so, ja, ähm, das wäre Gottes Rache an uns, weil wir sind alle schuldig und deswegen haben wir jetzt Corona. Oh, das ist ja auch Hammer, ey. Ah, das war Hammer. Also ich mach keine Witze über Religion, weil das jeder anders sieht, aber das ist ja schon echt heftig, das dann da drauf zu schieben. Ja, von wegen, wir müssten jetzt unser Schicksal akzeptieren und unsere Schuld uns selbst anerkennen und, äh, akzeptieren, dass Gott uns halt bestraft, weil wir so schlecht sind. Und gib mir all dein Geld. Das fehlt dazu noch. Hammer hart, ey. Ich muss mal bremsen, ich muss irgendeine logistische Ordnung hier reinbringen, meine GPS-Daten. Hm, hast du schon so viele? Ja, das reicht schon, mich schon zu verwurren mit ein paar Einzelnen. Es sieht bei mir nicht so aus wie bei dir in deinem anderen Let's Play. Das wird schweinig nicht werden. Es ist ja gar nichts mehr. Ja, ich muss das auch überarbeiten. Das ist so, hm, medium optimal. Ich lasse mir nur noch das einzeigen, was dann wirklich gerade aktiv ist. Ja, ich glaube, das ist auch am besten. Toll. Ich verdurste aber meinen letzten Atemzügen versuche ich, heroisch das Ding zu schweißen und fertigzustellen. Ich suche gerade Lithium, aber das habe ich mir ja gar nicht gemerkt, oder was? Ja, herrlich. Da komme ich total... Oh ja, sehr schön. Also zumindest, Wasseraufbereitung ist fertig. Yay, prob ich Eis. Eis, komm her. Oh, das wird so knapp. Fett. Du musst halt. Ich komme heute zurückgebügelt. Ach, Gott sei Dank. Ach, super. Das gut ist, wenn du, ja, wenn du das Wasser trinkst, dann bekommst du auch einen Teil Schmutzwasser und manchmal auch organisches Material dazu, ja, weil so nach dem Motto, dein Anzug fängt das dann, was da so wieder rauskommt, wieder auf und das kannst du dann wieder recyceln. Nein, ich stelle mir vor, das ist ein Algen. Ich möchte das nicht wieder verwerten. Pfui! Wenn dich das glücklich macht, kannst du auch daran glauben. Ja. Boah. Ich gebe mir in meinem Auto ein bisschen mehr PS. So ein Speed Limit. Wie ein Front wheels. Ja, da musst du halt echt immer aufpassen, ne? Ich habe da jedes Mal Panik, dass meine Karre zu schnell fährt, wenn ich eine habe. Ja, ja, ich auch. Ich will keinen Änder machen, dass das Ding vorne hoch geht. Ich will nicht zu schnell sein, dass ich mich überschlage und auf dem Eis trifft es sowieso ein bisschen rum. Und gerade mit diesen kleinen am Anfang, die brauchen wir noch. Noch haben wir auch nichts anderes. Haben wir jetzt schon genug da? Ne, ich nehme erst die Basis auseinander und dann baue ich ein Bohrschiff. Ja, ist am besten. Ich stehe. Uh, Monster Lake. Das sieht nice aus. Warte mal, war das nicht beim letzten Mal, kurz bevor ich geflogen bin? Wollt ihr mich nicht hoffen? So, hatten wir hier nicht Lithium in der Gegend? Und Magnesium? Ähm, ja. Da ist direkt Lithium. So in 400 Metern Entfernung ungefähr. Ach, da habe ich mir bestimmt nur das Magnesium gespeichert, in der Hoffnung, ja, dass da alles drin ist. Mhm. Ich behaupte das einfach mal so und komme jetzt zurück. Ja, klar. So. Einmal müssen wir da, jawohl. Ich schmeiße alles in den großen Container rein, ne? Ja, ja, klar, mach das. Oh, hier müssen wir dann auch noch umbauen. Ui. Schweißt du grad? Da kannst du auch hier vorne, also du brauchst nicht an das gelbe Teil ran, sondern du kannst hier vorne direkt, wo der Mechanismus ist, kannst du direkt drauf zugreifen, da kannst du dann halt Eis reinpacken. Und es ist ja hier Organic und Kies ist jetzt drin. Brauchen wir das Organic? Ja, daraus können wir dann halt Nahrungsmittel herstellen. Also diese synthetischen Nahrungsmittel erstmal. Kommt hier das Eis schon mit rein? Ja, ja, das kannst du da direkt reinpacken. Machen wir doch bestimmt noch in Ruhe, ja, ich auch mal. Der Buller draußen schon wieder? Hm. Ich schmeiß mal ein Eis rein. Ah, hier ist es trinken. Hier kriegen wir auch gar nichts. Können wir die Organics auch so schon verwenden? Als Essen? Nee, das leider noch nicht. Hier starbte gerade irgendwas. Hm. Wir haben ein schwebendes Windkraftrad. Oh. Zauberrei? Töbchen, warst du das? Guck nicht so unschuldig weg. Ich weiß, dass du das warst. Guck mich nicht an. Oh. Ballaut schon wieder. Das fiel, ne? Da ignoriert mich, da guckt einfach zur Seite. Gut. Ja, ich weiß, dass es noch mal ist. So. Ähm, Stahlplatten hatte ich noch welche drinnen. Könnte ich gleich nochmal einen drunter bauen. Denn eigentlich durfte es ja jetzt nicht mehr funktionieren, ne? Hm, was denn? Das Energiegitter? Wenn da ein Block drunter weg ist? Nee, dann hat er keinen Strom mehr. Ähm, kannst du ganz kurz bitte hochkommen? Ja, ich bin da. Da liegt nämlich die Matz. Wenn du die wegnimmst, dass ich setzen kann. Ja, warte. Hab. Ich hab. Ich hatte nämlich Schiss, dass es dann runterfällt, weißt du? Aber dass das schweben bleibt, wundert mich gerade. Mich auch. Es hätte eigentlich kippen müssen. Es kann sein, weil das Teil dort noch drinnen lag. Dass es deswegen nicht gekippt ist. Ja. Wundert mich jetzt immer noch, aber... Ich behaupte einfach mal, Stock und Schleif. Aber weil dahinter ein Wolfer oder sowas. Ja, ja, klar. Das müssen wir wieder rausnehmen, denn... Wir können uns ja so versorgen mit allmöglichen Krams. Nö, brauchen wir nicht. Ich finde das gar nicht schlecht. Wir brauchen doch die Dinger nur mehr ausbauen. Das ist ja ein Gerüst, der schießt einmal drauf, ist das Ding durch. Hm. Und den Windpark will ich sowieso umbauen. Ich wollte nur erst mal hinten den Loot weg haben, dass wir den hier haben. Und dann baue ich den Windpark um. Mhm. Bevor ich ein Bohrschiff baue, dass wir hier ein bisschen mehr haben. Achso, ich habe hier drinnen übrigens jetzt gerade hier die Anlage gebaut, wo du halt Lebensbattle herstellen kannst. Weil, also das muss ich wirklich sagen, die Blöcke, die sie jetzt gebaut haben, sind halt viel geiler. Die haben richtig Stil. Oh ja. Oh, das sieht gut aus. Und auch bei den anderen, da bewegt sich halt immer irgendwas und, also es ist schon ein Schnieke. Weißt du, wie ein 3D-Drucker, ne? Noch gemacht. So ein bisschen. Und hier können wir dann die Organics reinschmeißen? Genau. Also ich habe die schon miteinander verbunden? Dass der sich die dann zur Not zieht? Nö, ist es noch hier drinnen. Also man musste die Produktion dann anschmeißen praktisch. Weißt du, es ist gar nicht mehr. Ah, hier, Produktion, ja. Aber das siehst du auch, das steht dann zum Beispiel bei Meat Bouillon und sowas steht dann immer Animal Meat. Aber ich weiß nicht mehr. Eine Synthfood reicht ja am Anfang. Das ist nur Organic, Kies und Trinking Water. Genau. Wo kümmert das Trinking Water her? Ähm, das ist das Trinkwasser. Aber hier ganz normal, wenn du Eis reinschmeißt, dann bekommst du Trinkwasser. Aber wie gesagt, die sind miteinander verbunden. Also wenn du die Produktion anstellst, dann holt er sich das. Ja, hier gibt es einen Synthfood. Ich habe eins gebaut, guck rein. Ja, sehr schön. Ja genau, und das, wenn wir Eis haben, können wir halt alles, was wir halt erstmal brauchen, können wir nur mit Eis alleine schon mal herstellen. Wasser ist auch genug drin? Ich nehme mal die 115 raus. Trinkt er die dann so? Ja, also der verbraucht die dann selbstständig. Also wenn das niedrig genug ist, dann trinkt er das. Ah, so wie beim Wasserstoff. Heterogen. Hm. Das heißt, wir brauchen vorher noch eine Ladung Eis? Mhm. Ich. Was? Ach, das bist du. Ja. Ach, dort bist du. Ja, ich wollte es gerade von dort nämlich nicht holen. Nicht, dass wir hier überall Löcher haben müssen. Ich wollte zum nächsten Ärzten, was ich dort unterwegs hatte. So, das hier rein. Den Rest muss ich wieder dissen. Oh, es war Zeit, dass wir umbauen, dass ich ganz normal in die Geräte rein kann. Ich fährt wahnsinnig. Ja, das Ärzte, ne? Wenn du dann über verbundene Geräte gucken musst. Ja, man muss auch noch gucken, was du daraus schmeißen kannst und was nicht. So, die sind demontiert. Ich hole mal ein bisschen Eis. Mhm. Schön, dass ich das Zeug wieder GPS rausgemacht hatte. Aber siehst du da links oben? Du hast ja erst die Hungerleiste, dann die Durstleiste und dann ist die dritte Leiste da. Ja. Ich glaube, die war kaputt, die dritte Leiste bei mir. Alter, worauf schießt denn der? Irgendwo da hinten. Ah, ja, ja, das sind jede Menge. Oh, hier ist ein weißer, ja. Da jacht ihn. Da ist immer noch nur Metall drin, aber... Ja. ...nix anderes, das verstehe ich nicht. Dann müssen wir da irgendwas... ...irgendeine besondere Waffe, so ein Häutungsmesser oder irgendwie sowas. Charakterwerkzeug. Ne. Ja, du kannst... Ui, vorbeigeschwebt. Weißt du, wie bei Ark, wo man dann extra noch sowas braucht und dann mehr Fell rauskriegt? Jo. Ja, zum Häuten an sich. Zum Kirchnern oder zum Lederabziehen. Ja, bei Ark hast du ja entweder mit der Axt gemacht, oder? Was war das andere? Mit der Spitzsacke. Genau, Axt und Spitzsacke und dann hat irgendwer noch gesagt, es geht auch mit dem Spär. Genau, aber mit der Spitzsacke hast du, glaube ich, mehr... Ich weiß gar nicht, entweder mit der Spitzsacke oder mit der Axt hast du mehr Leder rausbekommen, aber... Na, das eine war mehr Leder, das andere war mehr Fleisch. Genau, aber frag mich jetzt mal... Ich bin da auch immer wieder durcheinander gekommen. Ist doch nicht so, dass ich davon auch mindestens ein oder zwei Stoffe eingedreht hätte. Da macht ja auch Spaß wie Sau. Ja, auf jeden Fall. Also ich spiel's auch... Ich steh halt nicht hinter der Firma. Ja, muss ich sagen. Und ich spiel am liebsten auch noch immer die Original-Map. Ja, auch ein paar andere hab ich schon ausprobiert. Also es ist echt nicht schlecht. Mich stört halt bloß bei den anderen. Also zum Beispiel Center und gerade... Was war denn das andere, welche ich da hatte? Die Wüsten-Map hab ich nie gespielt. Oh, die, die hab ich Ewigkeiten gezockt. Das war so mein persönlicher Liebling, weil die halt echt schwierig ist wegen keinem Wasser und sowas die ganze Zeit. Aber mich hat dann halt immer gestört, dass die ganze Zeit zu dem Zeitpunkt die Updates kamen für die ganzen Sachen, was mit Wasser zu tun hat. Neue Wasserkreaturen, unter Wasserbasen bauen und so weiter. Und das konntest du da in der Wüstenwelt halt alles irgendwie nicht machen, weil da gibt's halt nix. Ne, da hab ich mir ein paar Let's Place angeguckt von größeren und da war so viel Hickhack. Und eigentlich ging's da nur ums Nicht- ich sag mal Sterben durch Hitze. Jibbi, 240 Meter, jawohl. Ne, also, ähm, Ark an sich, so war wie Evolved-Spiel, find ich auch top. Absolut klasse. Wie es geworden ist, muss man ja eindeutig sagen. Am Anfang war es total verbuggt. Auch extrem grafiklastig. Grafiklastig ist immer noch, aber nicht mehr ganz so der. Sie haben viele Bugs rausgemacht und es ist sehr gut spielbar. Ich steh halt hinter der Firma nicht und das sag ich klipp und klar. Weil sie immer wieder Kacke bauen. Man sieht's ja auch an anderen Sachen. Ja, wie gesagt, Atlas, ne? Ja, ja. Ich wollt's jetzt nicht ansprechen, aber wenn du so sagst, ja, na klar. Ja, ich leide immer noch. Stimmt ja auch so. Ich hab's mir extra nicht gekauft. Ich tue's nicht, tue's nicht. Ich hab auch im See immer wieder überlegt, schon allein nur um reinzugucken, weil mir die Idee sehr gut gefällt. Muss ich wirklich sagen, das sieht auch spitz aus. Aber die Legs, das Ganze rundherum, die ganze Grafik, äh, äh. Dann zock lieber Sea of Thieves. Das zock ich ja auf der Xbox die ganze Zeit mit Kumpels und das gibt's ja jetzt auch bei Steam. Ähm, also wenn du mit ein paar Leuten zusammen, dann macht das echt Laune. Also, das ist... Aber sehr kompliziert, ne, mit der Segelsteuerung. Nee, nee, nee. Also Sea of Thieves, äh, ist total simpel. Also es gibt einfach nur Segel rauf, Segel runter. Und ansonsten... Da wolltest du nicht auch drehen in die bestimmten Richtungen? Ja, das kannst du machen, damit du dann halt... Also, der Wind wird dir angezeigt. Du siehst so durch leichte, weiße Linien, die so praktisch den Wind anzeigen und so sich bewegen. Dann siehst du, ähm, wohin der Wind gerade strömt. Und dann kannst du das Segel dahin ausrichten. Aber du bist ja meistens, also mindestens zu zweit solltest du bei dem Spiel eh immer unterwegs sein, weil du hast gar keine Schnitte. Ähm, dann hast du ja immer einen, der steuert, der andere kümmert sich um Segel und das geht eigentlich super.